Ist Dave Grohl Vater einer außerehelichen Tochter? Der Foo Fighters-Frontmann hat kürzlich bekannt gegeben, dass er Vater einer Tochter außerhalb seiner Ehe geworden ist. Bis jetzt war nicht bekannt, wer die Mutter ist. Eine 20-jährige Frau namens Valerie Greyston gibt nun auf Instagram an, die Mutter des kleinen Mädchens zu sein. Sie postet ein süßes Foto und schreibt, Meine süße Roxy Juni Grohl, deine Mama zu sein, ist schon jetzt die unglaublichste Erfahrung meines Lebens. Valerie berichtet auch von der Ähnlichkeit ihrer Tochter mit Dave und bedankt sich bei ihm für seine Unterstützung während der Schwangerschaft. Allerdings gibt es keine Beweise dafür, dass Valerie tatsächlich die Affäre des Rockstars ist. Ein Vertreter von Dave Grohl hat gegenüber TMZ betont, dass es sich bei Valeries Beitrag um Fake News handeln soll. Demnach sei das kleine Mädchen nicht die außereheliche Tochter von Dave. Seit 21 Jahren ist Dave Grohl mit Jordan Bloom verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter, die sie 2006, 2009 und 2014 begrüßten.